Hallo und moin moin, herzlich willkommen zu diesem kleinen Missionsguide für Escape from Tarkov. Heute zeige ich euch die Mission BP Depot. Bei dieser Mission müsst ihr für Prepper nach Customs oder auch Zollgelände genannt. Hier müsst ihr vier Tanklaster markieren. Ich bin passenderweise direkt neben dem ersten Tanklaster gespawnt. Den ersten Tank findet ihr hier bei dem Garagenpark auf der Straße. Hier müsst ihr mit F einen Transponder platzieren und diesen einige Sekunden beschützen. Solltet ihr sterben oder der Transponder beschossen werden, so schlägt diese Markierung fehl. Habt ihr es erfolgreich geschafft, so gehen wir zu den Tanklaster bei der Old Construction. Dieses Gebäude befindet sich hinten bei den Tanks auf dem Industriegelände, wo wir auch schon mal die Taschenuhr für Prepper besorgen mussten. Habt ihr diesen auch markiert, so gehen wir als nächstes zur neuen Tankstelle. Auf der Rückseite der Tankstelle befindet sich der dritte Tanklaster. Habt ihr auch den erfolgreich markiert, so gehen wir zur alten Tankstelle. Hier befindet sich bei der alten Tankstelle der letzte vierte Tanklaster. Habt ihr auch diesen markiert, so müsst ihr nur noch erfolgreich extracten und die Quest bei Prepper abgeben. Ich hoffe ich konnte euch helfen, wenn ja dann würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar und oder Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit ö.